Okay, weiter geht's. Wir wären grad hier in diesem Wald immer noch. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt. Wie gehen denn nochmal? Wir probieren's mal mit dem Scheiß. Perfekt. Gut genutzt, denke ich. Ja. Na gut, ja. Natürlich. Aber das können wir auch ohne machen, oder? Ah, ich kann sogar schießen. Das erklärt, warum ich grad verloren habe. Naja, na egal, ein Schwimmwald. Selber Ergebnis. Sogar einfacher, finde ich. So. Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Was kann man hier Schönes kaufen? Ein B. Was bringt das B? Wir nehmen alles. Man kann ja nie wissen. Ja, Helikopter. Waren hier nicht solche Wolken? Ja gut, da kann man einfach ausweichen. Die sind jetzt nicht so schwierig, wie man sieht. Die haben einfaches Muster. Boah. 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 Spielkopf. Janken Matches. So, mal sehen was ich jetzt hier machen muss. Hat das so geklappt? Also fang mal ein Papier an hier. Ah, das war ein Fehler. Bleiben wir Stein. Zack. Ja. Stellt euch mal dieses Spiel ohne Safe Stage vor und irgendwie nur mit 3 leben. Ja. Das ist schon die letzte Castle. Glaube ich. Ah, ich hab mal ein Slot ausgewählt. Naja, macht nichts. Wie soll das funktionieren? Aha. Leben, ne. Was hier? Da möchte ich gern lang. Au. Boah. Ich glaub ich muss da hinten lang, oder? Nein, was ist mit der Leiter los, Mann? Sieht richtig aus, auf jeden Fall. Ja. Jetzt wird's kacke. Boah. Boah. I'm Stonehead. Und der letztes Janken Match, anscheinend. Spiel der Stonehead. Hm. Damit der andere mit dem Gegenteil angefangen hat, denke ich auch mal hier bei Papier. Ja. Papier. Jetzt denken wir mal zwei weiter. Schere. Ist Stein. Nein. Papier. Zack. Ja, er wird zum Gegner. Boah. Hinter dem Schloss. Cool. Der Shop. Nichts mehr für uns. Das A-Teil haben wir noch nicht. Ja. Jetzt haben wir alles. Jetzt können wir eigentlich in Ruhe. Oh, der nächste. Scherenkoroff. Das Gegenteil von Schere. Und davon das Gegenteil. Oder? Probieren wir mal Stein. Also, nehmen wir Papier. Nein, wir nehmen Stein. Zack. Wenn ihr verliert, ist nicht so schlimm. Ihr müsst, wie gesagt, nur... Gewinnen. Nach drei Mal. Und dann habt ihr verloren. Ah, schon wieder. Einfallslos. Zack. Ja. Ja. Selbe Spiel. Aua. Nein. Aua. Ich hab Skills. In die andere Richtung. Okay. Das ist auch nicht sooo schwierig, oah. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht gegen diese roten Teile fliegt. Kann eigentlich gar nicht schief gehen. So, da ist auch schon unser Reißball. Jetzt sind wir am goldenen Schluss. Ja, wir haben so'n Hügel, warum auch immer. Ja, wir nehmen das Fahrrad, immer her damit. So, was kommt jetzt? Öh. Cool, wir sind ganz durchgekommen. Geil. Der Papierkopf nochmal. So, wenn er einfach mal das unwahrscheinlichste wäre jetzt, wenn er jetzt sein Papier nimmt, würde ich zumindest sagen. Ja. Okay. Er ist hinterfotzig. Also, ich wollte jetzt Stein nehmen, wenn er an Papier nimmt, nehme ich jetzt Schere. Haha. Ja. Ich bin einfach toll. Ja. Ähm. Asozial. 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 Ein rotes Schloss. Ähm, ja. Leute, hier geht's im nächsten Part weiter. Bis dahin.